Maxi hier, wir haben neue Artikel, schaut mal kurz. So, das ist das Larry T-Shirt in Mette. Ja, jetzt die Menüfarbe, da gibt es so. Das ist Taxa Blue. Das ist der Dacken. Genau, das ist das Leichtblau. Das ist das Priolimus, das heißt Holi. Achso, die Qualität ist da echt mega gut. Genau, die Augen und die Logo vorne. Das ist das Leichtblau.